Hallo, hallo, Andrea hier von Wir müssen reden, deinem Beziehungspodcast. Ich habe in meiner Beziehung gerade diese oder jene Situation. Gibt es dazu bei euch auch eine Podcast-Folge? Uns erreichen immer wieder Zuschriften, die nach Folgen zu bestimmten Themen fragen. Und durch diese Fragen ist uns aufgefallen, dass die Titel unserer einzelnen Folgen zwar mein Wortakrobatenherz höher schlagen lassen, aber ein Außenstehender leider nicht sofort erkennen kann, worum es in dieser Folge eigentlich genau geht. Zugegeben, das ist ziemlich dumm, wenn ich mit dem Podcast möglichst vielen Menschen helfen will. Also habe ich mich jetzt mal hingesetzt und bin zumindest schon mal einen Teil unserer alten Folgen durchgegangen und habe sie für dich etwas überarbeitet. Sie haben einen neuen Titel und eine genaue Beschreibung bekommen, damit du sofort weißt, was dich erwartet. Daraus ist jetzt unser Summer Special entstanden. Für diese Aktion habe ich aus den ersten 100 Podcast-Folgen die ausgesucht, die wir als die mit dem meisten Mehrwert für dich und deine Beziehung erachten. Über die nächsten Wochen, sprich die Zeit, in der die meisten in irgendeiner Form Sommerferien und oder Sommerurlaub haben, bekommst du also ordentlich aufbereitete, aber bereits gebrauchte, nichtsdestotrotz sehr aktuelle Podcast-Folgen für deine Partnerschaft. Und Achtung, am Ende nicht zu früh abschalten, denn nach jeder Folge erzähle ich dir schon mal ein bisschen davon, welches Thema dich in der nächsten Folge erwartet. Am besten ist natürlich, du abonnierst unseren Podcast auf dem Kanal deiner Wahl, dann verpasst du absolut nichts mehr und bekommst immer aktuell neue Impulse für deine Beziehung. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du mehr in deine Beziehung investierst als dein Partner oder deine Partnerin? Und ist das wirklich so? Und vor allen Dingen, was passiert dann zwischen euch? Könnt ihr darüber reden? Weil es ist ja völlig normal, dass wir manchmal dieses Gefühl haben. Aber der Trick ist, tatsächlich über dieses Gefühl zu sprechen. Wie du so ein Bückgespräch hinbekommen kannst, ohne dass ihr euch damit in die Haare kriegt, darum geht es in dieser Folge. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Vergnügen mit unserer Geschichte dazu. Hallo! Hi! Andrea hier! Und Dietmar! Von Wir müssen reden! Und heute geht es uns um Probleme, Lösungen und Rituale. Ja, wir haben es mit einem Problem anfangen. Was hast du für ein Problem? Was hast du für ein Problem? Ja, wir haben festgestellt, wir sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen und wir mögen es beide sehr, sehr gerne. Fünf Jahre, wollte er sagen. Fünf was? Fünf was? Äpfel oder Birnen. Wir mögen es beide sehr, sehr gerne, wenn wir gegenseitig uns die Hände massieren oder die Füße massieren. Und wir tun das auch regelmäßig und meistens tun wir das auch abwechselnd. Aber es gibt natürlich Zeiten, da hat einer mehr das Bedürfnis, die Hände oder die Füße massiert zu bekommen. Warum auch immer, weil es ihm vielleicht gerade nicht so gut geht oder weil er einfach das Bedürfnis hat. Oder der andere hat das Bedürfnis, eben nicht so viel zu massieren oder mehr zu massieren. Wie auch immer. Also das ist ja nicht immer... Wir reden vom Ungleichgewicht. Wir reden vom Ungleichgewicht, genau. Also auch wir hatten das schon, dass ich dich dreimal massiert habe und du mich einmal massiert hast. Und das ist auch grundsätzlich so in Ordnung. Also wir reden immer mal wieder darüber und lachen darüber. Und grundsätzlich ist es okay, wenn das nicht immer so ausgeglichen ist. Wir hatten ja ganz zu Anfang mal einen Podcast zum Thema, ist es konnte ausgeglichen, muss sowas sein, braucht es das unbedingt oder wie stellt sich das so dar. Also das ist bei uns in dem Fall ein bisschen anders, weil wir sagen, so derjenige, der halt das Bedürfnis hat, der das braucht, der ist dran und fertig. So lang? Bis? Ja, bis da der Mr. Gnadenlos zuschlägt. Oder Mrs. Gnadenlos gibt es auch. Mrs. Gnadenlos. Da gibt es genauso. Der innere Richter, der eben doch die Strichliste führt und dann vielleicht anfängt, das große Fass aufzumachen. Und die Andrea hat es gerade gesagt, schon das dritte Mal mir die Hände oder die Füße massiert hat. Das weiß er gar nicht mehr. Genau, wahrscheinlich. Das hat er nicht mehr mehr auf dem Schirm. Also dieses, ich kriege nicht das zurück, was ich gebe. Also ich empfinde, diese Mr. Gerechtigkeit, Mr. Gnadenlos, der innere Richter so, glaubt, da gibt es ein Ungleichgewicht. Ja, immer muss ich die Wäsche waschen, immer muss ich dir die Füße massieren und nie kriege ich das mal zurück. Genau, immer bin ich nur, vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du diesen, ich nenne bei mir einfach Mr. Gnadenlos, der ständig, oder der dann eben behauptet, der dann zum Vorschein kommt, wenn es ein bisschen haarig wird, wenn du vielleicht auch nicht in der Mitte bist und sagst, immer bin ich nur am Geben. Immer, immer, immer muss ich den Anfang machen. Immer muss ich nachgeben. Immer muss ich, immer, immer, immer ich. Ist ja eh schon so der Totschläger, immer und nie. Ja, sowieso, ja. Nie kriege ich das und immer muss ich. Also anderes Thema hatten wir ja auch schon mal. Genau, aber damit haben wir das Thema Problem, glaube ich, ganz gut beschrieben, worum es sonst geht, weil ich empfinde das wirklich als Problem. Natürlich kann ich wieder sagen, naja, ich schaue nach innen und gucke mir meinen inneren Richter an, den Mr. Gnadenlos, was will denn der und so weiter und so fort. Aber ein Teil der Lösung kann ja halt was anderes sein. Richtig. Und ein Teil der Lösung ist als erstes Mal, drüber zu reden, wie immer halt. Wir müssen reden. Und das haben wir getan. Also wir können jetzt einfach mal beschreiben, wie ist es denn bei uns gewesen? Also was haben wir denn gemacht? Wir haben drüber gesprochen, weil mir so aufgefallen ist. Sag ich, manchmal bist du schon ganz schön gnadenlos in der Konsequenz dessen, wenn du das so spürst. Wenn dieser innere Richter da ist und dann merkt man das ja auch im Außen. Also in der Beziehung spürt man ja auch, wenn beim anderen irgendwas am Laufen ist oder irgendwas nicht passt. Also Mr. Gnadenlos war da, was machen wir denn jetzt damit? Und als erstes haben wir drüber gesprochen. Wie fühlt es sich denn für dich an? Und dann ist es natürlich auch wieder dieses Ding, nicht einzusteigen, zu sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Beim letzten Mal habe ich dich. Ich habe, ja, hallo, zweimal massiert. Immer. Immer. Kommst du damit um die Ecke, dass das gar nicht so ist und dass du viel weniger kriegst als ich, aber das stimmt gar nicht, weil ich habe hier nämlich meine eigene Strichliste, macht nicht viel Sinn. Ich glaube, da hilft ganz viel, ja, also nicht nur reden, sondern zum Reden gehört da auch zuhören. Und es tut einfach auch gut, dem anderen einfach zuzuhören bei dem, was er dir so erzählt. Und das braucht ein bisschen Übung. Und die Andrea sagt schon, da muss man natürlich auch manchmal das Ego wegnehmen, aber es geht wirklich darum, den anderen erstmal ausreden zu lassen. Und trotzdem, wenn ich drüber rede, was da so bei mir passiert, schaue ich natürlich trotzdem, dass ich nicht zu pushy, zu provokativ und zu sehr, dass mein Mr. Innere Richter, Mr. Gnadenlos, das auch raushaut, also als Vorwurf, sondern du kannst dir, auch da haben wir schon einen Podcast mal dazu gemacht, zu erzählen, was du dir für eine Geschichte erzählst. Im Sinne von, nee, Andrea, du massierst mich nicht oft genug, ich gebe nur, ich gebe nur, sondern der innere Mr. Gnadenlos erzählt mir, er ist immer noch am Geben. Und wenn ich dem Kontra gebe und sage, hey, komm, die Andrea gibt es und das, dann bügel dir das nieder oder fehlt ihm was anderes ein. Also es geht darum, das zu wissen und trotzdem das zu üben, das zu machen und erstmal zuzuhören und dass beide Seiten zu Wort kommen, wie es damit geht. Und bei uns tut sich immer wieder so viel, wenn wir das tun, dass ich da erstmal ein erster Druck aus so ein bisschen, also den anderen einfach nehmen zu können mit dem, was er sich selber für eine Geschichte erzählt. Also das ist halt die Thematik. Ich hau die ja nicht nach außen. Jeder lebt doch mit dieser eigenen inneren Geschichte. Und da gibt es hunderttausend Millionen Geschichten im Innen. Es geht auch darum, red doch mit deinem Partner mal drüber, was du dir selber für eine Geschichte erzählst. Und dann kommt da eben sowas auch zum Vorschein. und dann sind wir immer noch im Problem. Und das ist das, was mir, was uns dann immer so, oder mich vor allem so Wurm denkt. Ja, schön und gut, Mister, wichtig. Mister, ich weiß alles besser. Was ist denn die Lösung? Der denkt nämlich, auch daran erkennst du nicht, der denkt immer nur in Problemen und nicht in Lösungen. Der will ja verurteilen, beurteilen, aburteilen und der muss überhaupt nicht dran recht haben. Aber dem geht es gar nicht darum, um eine Lösung zu finden. Und du kannst ihn aber ausheben und sagst, okay, aber was ist die Lösung? Das Problem ist, ich habe das Gefühl, ich gebe mehr und mehr und die Andrea, ich kriege nichts zurück. Sagt diese innere Stimme. Wir könnten uns also über unsere inneren Richter unterhalten. Also die beiden könnten sich miteinander unterhalten. Die werden, ich glaube nicht, dass sie sich unterhalten, die hauen sich so einfach um die Ohren. Die hauen sich das mal so richtig um die Ohren und dann gibt es auch so einen richtigen Krach und einen richtigen Streit und macht ja keinen Sinn. Kann man machen. Kann man, muss man aber nicht. Und jetzt musst du aber erzählen, was du für eine schöne Lösung gefunden hast, weil die war so niedlich oder ist so niedlich und die haben wir dann gesagt, die müssen wir mit euch teilen, weil die kann man so schön auf viele andere Dinge umlegen. Erzähl. Wo ich eben mit dem inneren Richter zugange war und mich das so nervt, weil er so aburteilend, beurteilend ist und dann gefragt habe, was ist denn die Lösung, was kann man denn, was könnten wir denn tun, ist ein Maskottchen zu haben für das Massieren. Und dann denke ich so, wie Maskottchen fürs Massieren? Ich muss kurz unterbrechen und dazwischenfragen, die Lösung kam aber nicht von deinem inneren Richter. Nee, der wollte es auch nicht hören. Okay, gut. Die kamen woanders her. Nein, die kamen aus meinem Gefühl, aus der Intention und der Intuition, da was zu verändern und zu sagen, ich mag ja nicht in dieser Dauerschleife sein, sondern was kann ich denn wirklich tun? Auch gegen diesen inneren Richter. Ja, natürlich war da nicht Juhu und Klatsch in die Hände, aber die Geschichte war ja, wie geht es mir denn danach und wie geht es uns dann letzten Endes damit? Okay, also Maskottchen. Also Maskottchen. Und dann war es so, ja wie, Maskottchen, Maskottchen für was? Naja, das gibt nur eins. Also das genau, bei uns ist es eine kleine Holzschildkröte mit so Rollen unten dran. So eine Massage. Ja, können wir auch sagen, eine Massageschildkröte, die steht für das, Maskottchen zu massieren. Wie kannst du das oder wie nutzen wir das? Ist, wenn ich das gern hätte, dass die Andrea mich massiert, dann stelle ich ihr das auf ihr Kopfkissen. Ja? Und dann hat die Andrea die Möglichkeit, entweder am Abend, am Tag, also wenn es einfach tagsüber ist, oder am Abend oder am nächsten Tag, mir die Füße oder die Hände zu massieren. Also nicht unter Druck, ah, du musst jetzt stehen ja die Schügel, jetzt musst du alles stehen und liegen lassen. Ich muss alle vier Stunden auf mein Kopfkissen gucken. Genau. Genau. Du hast 15 Minuten Reaktionszeit. Oh, okay. nicht pushy, sondern es soll ja ein Wink sein. Ja, und ich winke mir im Zaunfass, sonst soll es ein Signal sein. Unser Ritual, das daraus entsteht, oder entstanden ist, es hinzustellen und dann, weiß ich, wann ich es nicht hinbringe, zu sagen, ich hätte gern, dass du sagst, okay, cool. Und dann macht die Andrea das, immer, da kannst du auch was dazu sagen, aber dann bleibt diese, diese Schild, ist ja eine Wanderschildkröte, dann bleibt dieses Maskottchen, diese Massageschildkröte bei der Andrea. Und zwar nicht sichtbar irgendwo, sonst die packst du in die Sockenkiste oder sonst irgendwo hin und ist bei dir. Genau. Und wenn ich das Bedürfnis habe, massiert zu werden und ich gerne möchte, dass du mir die Hände oder die Füße massierst, dann stelle ich dir das Ding auf dein Kopfkissen. Und dann weißt du, jetzt möchte die Andrea gerne mal wieder massiert werden. Genau. Und das Schöne daran ist, ja, komme ich gleich noch dazu mit dem, das Aussprechen, du hast es gerade schon erwähnt, aber das Schöne an der Lösung ist, du hast noch einen Joker. Ja, das war auch interessant, dass du da warst, ja, das hört sich ein bisschen so nach Pingpong an und natürlich kann man auch da wieder der innere Richter, ja, was ist, wenn die denn dann nicht mehr rausrückt und so weiter und so fort. Das gibt es natürlich auch, funktioniert trotzdem, glaub mir das, wir machen das ja und das funktioniert. Ähm, der Joker ist, selbst wenn du, ja, wenn du quasi diese Massageschild, ich gebe jetzt von mir aus, ich habe diese Massageschildkröte und ich mag jetzt aber der Andrea, eben obwohl ich die habe, ich mag, dass ich der Andrea die Hände oder die Füße massiere, stelle ich sie nicht bei mir hin, sondern es bei der Andrea aufs Kopfkissen, ist zu sagen, guck, ähm, ich habe ja richtig Lust dazu und soll ja nicht deine, keine Dogmen aufstellen oder sonst irgendwas, sondern der Joker ist für mich zu sagen, ich mag dir was Gutes tun, äh, ich stelle sie einfach zu dir hin. Genau, und dann bleibt sie aber bei dir. Ja, ich darf, ich darf die, ich nehme die wieder zurück. Genau, du darfst sie behalten. Also das heißt, ähm, hab Spaß dabei, ich mag einfach zu sagen, das ist so ein Ritual und trotzdem darf es einfach spielerisch sein, nimm das nicht zu, zu, ja, zu strikt, zu, so muss es sein, sondern einfach, es darf leicht sein. Bei uns, was da bei uns passiert ist, dass ich, erstens, dass wir gesagt haben, hey, coole Idee, coole Lösung und auch, ey, wie viel Spaß haben wir dabei, wenn wir uns so austauschen, sagen, ja, es ist ein Spielzeug, es ist spielerisch und damit kommt auch dieses Leichte, dieses Spielerische da wieder mit rein. Genau, und das kann so schön auf alle möglichen Bereiche umgelegt werden. Ich habe letztens irgendwo so einen Spruch gelesen, ähm, da stand drauf, ich hätte ja so gerne, dass er mir mal öfter mal Blumen mitbringt. Ja, ich weiß schon, ich könnte ihm ja sagen, dass ich gerne möchte, dass er mir Blumen mitbringt, aber dann wird er mir ja nur Blumen mitbringen, weil ich ihm gesagt habe, dass er mir Blumen mitbringen soll. Aber eigentlich hätte ich schon ganz gerne, dass er mir Blumen mitbringt. Und da sind wir wieder bei diesem Problem. Es ist ja Endlosschleife. Es ist ja Endlosschleife und es kennt, glaube ich, jeder von uns, auch jede Frau kennt das, ich hätte so gerne, dass mein Mann, Punkt, 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 irgendetwas tut und das soll er riechen, dass ich das haben will. Schwierig. Und schwierig ist aber auf der anderen Seite auch auszusprechen, dass ich das gerne hätte. Und da ist so dieses Maskottchen, in welcher Form auch immer, finde ich eine super gute und super süße Lösung, weil es ist jedes Mal so ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn ich dann diese Schildkröte auf dem Kopfkissen entdecke und sage, ach, haben wir eine süße Lösung gefunden. Und das kannst du auch und zwar in ganz vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel die Blumen. Auch dazu hattest du eine schöne Idee, liebe Männer. Oder Frauen. Oder Frauen. Ja, zwei, also eine tauchte gerade auf, da gibt es so diese Plastikblumen, die in einem kleinen Töpfchen, die sich so bewegen, die so tanzt, das als Maskottchen zu nehmen, ich stelle dir das hin oder du stellst mir das hin, ich hätte gerne mal wieder einen Blumenstrauß, kann man auch nehmen. Also da kommt die Maskottchen-Geschichte wieder. Oder, die haben wir vorher besprochen, ähm, du schenkst jetzt gerade zur Weihnachtszeit deinem Partner, deiner Partnerin einen Gutschein über, zum Abreißen, so wie das jeder kennt an einem Laternenpfahl, ne, oder, oder, so einem, genau, oder was auch immer, zum Abreißen und das machst du und schenkst es zu Weihnachten für fünf Blumenstrauße für 2019 und immer, wenn deine Partnerin und dein Partner Lust hat auf einen Blumenstrauß, den du mir mitbringst, es aber nicht über die Lippen bringt, reichst du dir das Zettelchen ab und legst sie hin und nimmst es in deinen Gärbeutel und es erinnert dich daran auch, ich wollte meiner Frau noch Blumen mitbringen oder meinen Partner, ja, du magst es bitte immer aufmachen, weil ich mag auch gern Blumen. Okay. Ähm, das als Möglichkeit, gerade jetzt viel zu Weihnachten, wenn du noch gar keinen Impuls hast und ich finde es gar nicht schlimm, weil es ist ja kein fester Gutschein im Sinne von, du musst das dann und dann einlösen, sondern es ist ein Gutschein für 2019, für Nettigkeiten, Liebesdienste, Freundlichkeiten, Umarmungen, Essen gehen und deswegen, ähm, ich habe letztens im Radio gehört, es werden viele, viele Gutscheine verschenkt zu Weihnachten und, aber nur ganz wenige Gutscheine werden eingelöst und deswegen, so mein Appell, ähm, für solche, also es ist ja was, was wir aus Kinderzeiten eigentlich kennen, wo wir Mama und Papa vielleicht so ein, so ein Gutscheinheft geschenkt haben, ich habe auch mal eins von meinem Sohn gekriegt, ich glaube, das ist auch irgendwie nie eingelöst worden, weil ich es auch einfach nur niedlich fand, die Idee, aber es nie eingelöst habe, deswegen, bitte. vor allem ganz kurz, weil dann kannst du auch nicht kommen, also wenn, wenn du das kriegst, also wenn ich dir das schenken würde, zu Weihnachten, diese fünf, oder diesen Zettel mit den Abreißdingen von fünf, ähm, Blumenstreiß im Jahr, dann kannst du auch nicht kommen, sagen, mir bringt er nie, also damit hebest du deinen eigenen inneren Richter und mir bringt er nie was mit, du sagst, du hast doch fünf Gutscheine und dann leg mir die doch hin, also ein nach dem anderen. Es wird wieder jeder in seine Eigenverantwortung gebracht und das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade auch in der Beziehung, dieses darüber reden und natürlich Eselsbrücken, Hilfestellungen und Krücken gegenseitig zur Verfügung zu stellen, gerade wenn es ein bisschen schwierig ist, über Dinge auch zu sprechen und ich weiß, wie schwierig das ist, seine eigenen Bedürfnisse auszusprechen und vielleicht ist das ein Ansatz, ein Anfang für dich dazu, zu sagen, stimmt, das ist eine Möglichkeit und für deinen Partner natürlich, dir diese Möglichkeit zu schaffen, also auch das stärkt wieder die Beziehung zueinander. Ich sehe doch, dass du ein Bedürfnis hast und ich spüre es, aber wie kann ich die Lösung finden und das war der Grund für unseren heutigen Podcast, nämlich erstens taucht ein Problem auf, macht keinen Sinn, dem inneren Richter zuzuhören und uns aufs Problem zu fokussieren, sondern lass uns nach einer Lösung suchen und daraus können wunderschöne spielerische Rituale werden und noch ein Tipp für mich, wenn du sagst, mit Blumen immer so der Klassiker, kann ja funktionieren, vielleicht ist es mit Kochen genauso, wie kochst du als Mann oder als Frau, ich nehme es jetzt als Mann, du kochst gern, aber du machst es einfach nicht mehr, weil irgendwie... Keine Zeit, was auch immer. Wasser immer, ja. Und trotzdem sagt deine Frau, der hat früher so gern gekocht, ich habe das so gern gegessen, was er gekocht hat, dann schenke ihr das, dann schenke ihr fünf, Gutschein mag ich es gar nicht nennen, fünf Rituale, wo sie ein Stückchen abreißen kann und sagen, ich hätte gern, dass du am Wochenende vor uns kochst, also gib ihm ein bisschen Vorlaufzeit, dass er es einplanen kann und dass er Zeit hat, um einzukaufen, sich Gedanken, Ideen zu machen, was er denn kochen mag und genießt es wieder. Auch da hebelst du es wieder auf, früher hat er immer kocht, gekocht, ab und zu, heute gar nicht mehr, dann ist es leichter, das wieder in Gang zu bringen, dass da wieder, ja, einen spielerischen Umgang mitzukriegen. Also schenkt euch doch zu Weihnachten Problemlösungsrituale. Viel Spaß dabei. Bis dann. Ciao. Jetzt hoffe ich mal, dass du wieder mal wertvollen Input für deine Beziehung mitnehmen konntest und vor allen Dingen, dass es für dich oder für euch jetzt ein bisschen klarer ist, wie das so ist, wenn einer das Gefühl hat, mehr zu geben oder auch das Gefühl hat, zu kurz zu kommen. Und wenn das für dich hilfreich war, dann schau doch mal in die Shownotes. Da sind alle Kontaktdaten von uns drin. Wir freuen uns nämlich über jede Nachricht. Wir freuen uns über eine Rezension. Wir freuen uns, wenn du uns an Freunde weiterempfiehlst oder vielleicht sogar unseren Podcast teilst. Und wenn du uns dabei dann verlinkst in deinem, in deinem Post dazu, auf deinen sozialen Kanälen, dann werden wir dich in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall in den Shownotes erwähnen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns so miteinander vernetzen und möglichst viele Menschen erreichen, denen wir wertvolle Impulse für ihre Beziehung geben können. In der nächsten Beziehung geht es, tja, worum soll es gehen? Es geht um Streit in der Beziehung. Und es ist so, dass ja viele Paar Streit gehört mit dazu. Paare, die uns erzählen, wir streiten nie, machen bei uns die Alarmglocken an und wir gucken dann schon immer, da ist irgendwas auch nicht ganz richtig. Und auch uns passiert das, dass wir uns streiten. Und trotzdem sagen wir, dass wir sehr, sehr glücklich miteinander sind. Und manchmal hat man vielleicht schon viele, viele Dinge gelernt und hat gemerkt, dass man mit diesen Dingen einen Streit gut beenden kann. Aber manchmal passiert es auch, dass man irgendwann hilflos dasteht und sagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich da noch rauskommen soll, wie wir das hinkriegen sollen. Und genau so einen Streit hatten wir und wie wir das geschafft haben und wie auch du das schaffen kannst, davon handelt dann unsere nächste Folge.